Top-modisch, jung und gemütlich. So lässt sich der Friseursaloon Kade in Gilchink wohl am besten beschreiben. Drei Mitarbeiter sind seit der Gründung des Unternehmens im August 2006 darum bemüht, Kundenansprüche nicht nur zu erfüllen, sondern diese noch zu übertreffen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt demnach in der eingehenden und individuellen Beratungstätigkeit. Spezialisiert haben sich Geschäftsinhaberin Katrin Wittmann und ihr Team dabei vor allem auf typgerechte Schnitt- und Färbetechniken. Aber auch für Hochsteckfrisuren, das passende Make-up und Wimpernfärbungen hat der Meisterbetrieb offenbar ein goldenes Händchen. Das äußerst zufriedenstellende Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine gemütliche Atmosphäre des Saloons machen den Friseurbesuch hier zu einem einmalig entspannten Erlebnis. Mehr Informationen zum gesamten Angebot sowie eine detaillierte Preisliste finden Sie auf der Unternehmens-Homepage unter www.frisseursalon-ka.de www.frisseursalon-ka.de www.frissealon-ka.de www.frissealon-ka.de www.frissealon-ka.de